Rina. Oh, jetzt muss ich mir einen Malheur wieder vorstellen, hier auf Zehenspitzen, wie er durch oben sind wir tänzelt. Wie er seine Pyretten dreht. Oh nein. Bitte keine Albträume schon wieder auf. Hoin Rico, hallöchen. Ich stelle mir mein Malheur auf so einer Spieluhr vor, wie er sich im Kreis dreht. Du brauchst aber noch die Spieluhrmusik dazu. Oh, Roni. Alles gut. Oh, was ist denn hier? Abfahrer Stau. Man kann ja noch ein bisschen chillen und meinen Kaffee trinken. Stau, bitte Stau. Oh, wo alles?